Nächste Woche war David Salz aus Israel bei uns. Nächste Woche kommt Herr Langer aus Jübinen. Seit einem Jahr sind wir jetzt Mitglied, wie gesagt, im Netzwerk Schule ohne Rantismus, Schule mit Courage. Deshalb passt diese Ausstellung sehr gut in unser Bemühen, einer neuen, schleißenden Akzeptanz rechtsextremistischer Parolen oder Gedanken vorzumäumen. Der schwarzbekleidete Skin mit Springerstiefeln ist nur die Spitze eines Eisbergs. Die Fußballfans in den Stadien haben sich an die Parolen gewöhnt, wie wir bauen euch eine Hubbahn nach Ausland. Wenn solche Äußerungen in der Fanszene toleriert und entschuldigt werden, zum Beispiel, die wollen ja doch nur provozieren, dann gibt es genau diese Nummer.